Also würde ich ab dem neuen Schuljahr, nach den Sommerferien, ein interner Schüler werden. Ins Heim gehen, weg von meinen Eltern, weg von zu Hause, weg von meinem Zimmer, dem einzigen Ort, an dem ich mich sicher fühlte. Ich wusste, dass das schnell die Runde in der Schule machen würde. Ich musste das Beste daraus machen. Wie wird wohl die interne Gang reagieren, die, die mich immer wieder verprügelten? Die vier regierten über die internen Schüler. Ich wusste, ich musste mich unterordnen. Andererseits war ich aber auch froh darüber, so entkam ich endlich den Misshandlungen durch meine Eltern. Die Sitzung war an einem Nachmittag und so ging ich mit meinen Eltern nach Hause. Bis zu den Sommerferien waren es noch zwei Wochen. Das hielt ich noch durch. Am nächsten Tag ging ich wie immer in die Schule. Ein Mitschüler kam zu mir und sagte, Hey Silas, warum bist du bald intern? Ich war nicht sehr überrascht, dass er das schon wusste. Aber dass es so schnell ging... Ich sagte nichts und ging weiter. Ich sagte nichts hier, bitte. Vielen Dank.